Hi Leute, ich bin's wieder. Willkommen zu meinem Haustier-Tag. Während ich alle elf Fragen beantworte, könnt ihr meine Katze angucken. Okay, ich fange an mit der ersten Frage. Ich muss kurz gucken, was da steht. Was war dein erstes Haustier? Und nenne sein oder ihr Name. Mein erstes Haustier waren Max, mein Meerschweinchen, und Moritz, mein anderes Meerschweinchen. Frage 2. Hast du dir es gewünscht oder war es ein Familienwunsch? Ich habe mir schon immer Tiere gewünscht, besonders Meerschweinchen, weil ich die immer haben wollte schon. Ich habe auch immer Bücher gelesen über die, um die zu bekommen. Geht ihr viel? Okay, dritte Frage. Lebt es noch? Ja. Habt ihr ja irgendwie gesehen? Ich habe euch meine Meerschweinchen gezeigt. Okay. Frage 4. Was ist dein Lieblingstier? Ich habe kein Lieblingstier, weil alle Tiere meine Lieblingstiere sind. Weil ich finde das halt unfair. Okay. Frage 5. Hast du jetzt Haustiere? Ja, ich habe eine Katze, zwei Meerschweinchen, auch wenn man das andere gerade nicht sieht, und eine Babyschlange. So, hat sein Name eine Bedeutung? Da geht es ja um das erste Haustier, das man hatte. Max und Moritz hat keine Bedeutung, ist einfach nur ein Name. Frage 7. Was ist dein schönstes oder lustigstes Erlebnis mit ihm oder ihr? Das lustigste Erlebnis mit meinem Meerschweinchen war, als ich zum ersten Mal mit ihm draußen war. Frage 8. Hast du dir schon mal große Sorgen um sie oder ihn gemacht? Machen müssen? Ja, ich habe mir schon mal Sorgen um Moritz gemacht, den schwarz-weißen, also das schwarz-weiße Meerschweinchen. Weil, ähm, er hatte so ein Knäuel am Hals und das hätte ein Tumor sein können. Aber das war nur Gewebe und das musste rausoperiert werden und es hätte sein können, dass er stirbt. Okay. Frage 9. Würdest du gerne noch mehr Haustiere haben? Na klar, immer her damit. Ich würde alle Haustiere nehmen, die ich kriege. Okay. Frage 10. Was findest du besser, Tiere vom Züchter oder aus den Tieren? Weiß ich nicht. Also die Tiffi hier, die kleine Katze, die ist jetzt vom Züchter, weil der uns Katzen gegeben hat. Äh, ne Katze gegeben hat, die Tiffi halt. Und aus den Tieren würde ich wahrscheinlich auch welche nehmen, damit die nicht einfach geschlachtet werden. Okay, mal schauen. Frage 11. Bist du irgendwelchen Organisationen beigetreten, die sich für den Tierschutz engagieren? Da ich etwas jünger bin und das noch nicht kann? Nein, aber werde ich erst erwachsener wollen. Hallo? Okay, das war's eigentlich mit dem Haustiere-Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr kostenlos ein Abo dalassen. Genau unter dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020